so freunde auf geht's freunde der nacht hier die letzte runde also gerade jetzt festgelegt für immer mehr immer mehr alles gut darüber da müssen wir noch mal schauen wir gucken mal wie es läuft naja ist ja schon können es ist schon halb drei halb drei mitten in der nacht mitten in der nacht du machen die weg hier ein bisschen man hör auf auf mich zu schießen das war eigentlich nicht mehr vor dir lobe und war der panzer ich muss doch mal meine gewürzgürken dann mal langsam rausholen du kannst ja mal die gewürzgürken ein bisschen blöd ist nee wieso denn ist doch nicht weit kannst du mal ein paar neue holen gleich spät wenn du schon mal dabei bist so die ankanade ist ja eine ganz neue information das hast du auch erst voll spät rausgefunden ja weil ich die benutzt habe wir verlieren caeser sofort zurück hier aber ich brauche heilung ich brauche jetzt hier keine muni mal zur abwechslung hier haste muni weg tot ja toll weil du wieder deine späßchen da machen musst was für ein späßchen späße betete ja genau was für späße ich habe nicht gelacht mir sagt nicht was für spaß und da bei dem wird sie wieder in dem tunnel naja du hättest ja die neuen mitbringen können die äh die süßen die mit dem honig Kuchenwasser ich will ja Kuchenwasser trinke ich aber nicht wenn wir jetzt hier mal C einnehmen da hinten war schon der nächste voll spaßten Prozent ein lauter nachschall hier in der Halle oder oben oder oben an der Decke kann man da auch hin Oh, scheiße, ey. Nein, David, die Haftmine da. Ja. Wiederbelebung, irgendjemand 15 Meter kommt schon. Was ist bei dir? Wo bist du denn? Naja, die kommen jetzt hier raus. Vier Schuße müssen reichen. Und die reichen. Der letzte hat die reichen. Um Gottes Willen. Knappe Enge, knappe Enge. Kommen doch eh gleich wieder von D. Können wir doch gleich hier vorne bleiben. Oder? Wo bist du? Da kommt ein Bomber. Na, meine ich ja. Die kommen doch jetzt eh von D hier. Naja, okay. Da oben. Oh, da kommen sie. Sonst sind alle reingerannt gerade. Oh Gott. Ich hab mich selber umgebracht. Sehr gut gemacht. Tod. Hä? Nein. Man überlebt doch mal ein paar Sekunden jedenfalls. Ach, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Wie legt du denn überlegen? Für Watt denn? Für Watt denn? Für Watt denn? Für Watt denn? Warum denn? Wir können doch jedes Mal wieder spawnen. Brauch ich doch nicht überleben. Nicht jedes Mal spawnen kann wieder. Ich nehme mir jetzt erstmal ein Gürkchen hier. Aus dem Glas. Ja, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und alles ist Wölkchen. Aber leider ist da nur noch eine einzige drinne. Aber ich glaube wir haben noch die süßen Gewürzgurken mit Honig. Hier, freche Munition. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Pass auf da. Oh, diese Gasgranate. Setz die auf. Setz die Gasgranate auf. Wir hatten schon wieder mit Gasmasken. Oh, warte. Oh, jetzt kommst du von hinten. Ja, und genau, wenn ich hinter dir herrinne, werde ich weggesprengt fast. Naja, ist klar. Warte mal auf mich. Hast du Heilung? Was ist denn das? Wie wirft er denn die Granaten immer neuerdings hier, du? Neuerdings haben sie weg, haben sie geändert mit dem Bench. Ja, haben sie wirklich, weil der die nicht mehr die Aushulbewegung macht. Der schleudert die. Wir haben auch noch nicht einzuprügeln aus dem Hut. Ja, doch. Hier ist ein Reiter, was will er denn hier? Der hat die Wand weggesprengt hier, der Typ. Er ist tot. Du hast die Wand weggesprengt. Oh, hier oben war einer auf dem Dach drauf. Ja, toll. Der hat mich fast umgebracht. Ja, ich bin auch fast tot. Ja, jetzt bin ich tot. Ich weiß nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Das ist mir auch zu blöd, diese Drumherr-Suche nach dem... Jetzt ist er sowieso schon irgendwo unten wieder. Der eine ist tot immerhin, der mich getötet. Kannst du die anderen mit dem Honig noch holen, bitte? Ja, sehr gut, Ursula. Mit dem Honig, voll der Feinschmecker, was Gürtel angeht. Die sind für echt lecker. Das sind diese kleinen Cornichons mit Honig. Sehr gut. Na, ich bin Gourmet, das wisst du doch. Gourmeckle. Gourmeckle. Die kriegst du nicht auf. Die muss. Oh. Aber ich hab den abgeknallt, obwohl die übelst abgelenkt wurde durch das Gurkenglas. Cool. Da siehst du mal, wie hoch dein Skill ist. Ja, auf jeden Fall. Ich brauch das. Da ist aber niemand. Doch, hier ist einer. Hab ihn. Hä? Geht's hier nicht rein, oder was? Was ist denn das? Jetzt viel Gas. Weg hier. Der Schindluder wird dort getrieben. Schindlingsluder. Oh, jetzt kommt einer von hinten da, ey. Von hinten kommt einer, Vorsicht. Oh, da, ey. Oh, das ist eine Scheiße hier. Diese Gläser. Krass. Die er erfunden hat. Lass doch Kati aufmachen. Oder Ursula. Wenn Kati nicht da ist, lass Ursula machen. Oh, da krieg ich aber, da brich ich mir die Hände hier, du. Aber ich muss jetzt auch erstmal weiterspielen. Leid, ey, wirklich. Da krieg ich wirklich Plag, ey. Und wenn ich mir jetzt den Finger breche, nur weil ich den Gokenglass nicht aufkriege, dann kann ich nicht mehr weiterspielen. Ja. Das ist ein echtes Problem. Was ist hier bei C? Was geht hier ab? Aha, voll an ihn ran geworfen, aber er brennt nicht. Ist klar, nee. Warum denn auch? Boah, der Panzer voll durch die Luft gewirbelt. Wiederbelebung, Sanitäter. Drei Meter. Wiederbelebung, Sanitäter. Hä? In dem Moment dreht er sich um, ey. Dieser Fullspeed-ahead, ey. Boah, die Schreie hier, ey. Bastard! Das ist so geil gerade. Überall ist Munition. Man kann gar nicht keine Munition haben. Oh, der ist auch gut. Ist mit der Gabel reingebumst? Ja, du hast hier so ein Spezialwerkzeug benutzt. Das erste Mal, dass ich hier rauskomme. Ich bin jetzt auch draußen. Bin ich behindert, oder was? Die habe ich Ihnen denn nicht getroffen. Hä? Hier war doch einer hier. Der ist doch da. Wo ist der andere hin? Wo ist der andere hin? Man, er hat doch gerade nachgeladen. Was will er denn? Mann, hau doch ab hier, du Nuttenkind. Ach, äh, diese Kinder. Was ist bei C? Wo bist du überhaupt? Wow. Da drüben ist ein Panzer. Ach, da drüben. Boah, genau. In dem Moment werde ich erdeucht. Hä, du. Okay, Wiederbelebung. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ey, wieso? Ja. Gut. Alle tot hier. Soft. Airsoft. Airsoftball. Schon wieder tot. Geil. Softairball. Das ist ein Bombschrumpf. Oh, ist unser Panzer? Ich hoffe mal, ja. Bist du hinter mir hier? Ah, ich bin... Oh, ja, 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 ja. Rechts von dir. In dem Haus? Ja, jetzt im Haus. Er ist tot. Oh, Gott sei Dank. Das wird euch getötet. Hau dir mal Munition. Ich muss mal ein Gürkchen nehmen. Hier, Munition. Danke. Hey. Voll im Bahn. Voll über dich rüber gesprungen. Voll geil. Okay, der geht bestimmt auch bei Gegnern. So kannst du den Gegner auch abfucken. Über den Rüber springen, hinter ihn landen. Und denn... Oh, hier sind welche. Jo. Da bist du da. Der hat eine Schrottflinte. Der... 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 Mrs. Sniper. Das ist schon ein sehr sympathischer Name. Abgeschlossen. Jawohl. Jetzt noch fünf Kills in einer Runde. Hintereinander, ohne drauf zu gehen. Dann hast du es durchgespielt. Dann hab ich es durchgespielt. Ein Kills, noch vier Kills. Oh, was ist denn hier los? Achtung an dem Fenster. Nein, ich kotze jetzt wegen der scheiß Granate. Das ist ein Jugendkind. Wiederbelebung, Freund, Blase. Drei Meter, Blase. Wo versteckt der sich denn jetzt auf jeden Fall hier? Er ist tot. Dann können wir ja wieder weg hier. Das ist ein C. Boah, ja, er hat mich wirklich mal wiederbelebt. Oh, genau. Und der tötet mich. Wir haben ein Einsatzziel da. Hm. Exekion. Okay, zu E. Zu C. E. Bei B sind sie gerade alle. Bin hier ziemlich am Arsch, so alleine. Wie viel hält denn der aus, bitte? Sag mal, der kann doch nicht wahr sein, ja. Oh, Alter, was hat denn da reingeholzt? Oh, Alter, wir haben die Oberhand. Wo ist denn die Sau bei Ihnen? Oh, nee, da kommt ein Panzer. Ach du Fick, du. Genau, lass uns raus, immer rauslassen. Ja, hier hab ich ja, mach ich ja. Ein gottvolles Massaker da. Ich komm mal zu C. Ich bin tot. Warte, Sven. Aber ich komm zu dir. Kann ich nämlich von dir aus zu C rennen. Mach auf hier. Ah, da kommst du nicht durch, wa? Mit dem fetten Panzer. Auf da. Ich schon wieder als erster hierin, ey. Ihr nehmt euch, teilt euch. Seid sparsam damit. Ja, liegt den da, ey. Scheiß Camper. Mann, raus mit dem da aus der Lücke. Rüber! Alter, das gibt's doch nicht. Ja, du Bastard, der mit seiner Scheiß-Fick-Schrotflinte wieder... Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Hm, nee. Da war der. Das wird auch schwer. Ich hab' den nicht gesehen. Fick dich! Scheißen. Kannst bei mir, kannst bei mir spawnen. Hier, bin gleich. Ja, ich bin gleich tot. Genau, wollte ich sagen. Die sind bei dem Hintertorn. Hinterausgang. Geil. Wenn ich bei dir spawnen, bist du unter Beschuss. Das ist doch nicht dein Ernst. Warum stu... Mann, der lebt ja immer noch. Sag mal. Wer denn? Wer tötet... Boah, das Flugzeug, geil. Irgendjemand hat mich von da drüben beschossen. Ja, der da, der Bastard. Ja, den hab ich getötet gerade. Boah, Mann. Achso, das war deine. Nee, nee, meine nicht. Ich weiß nicht, wer das war. Wir müssen jetzt hier, ähm, zu C. Hier in den Seiteneingang rein. Wir haben Einsatzziel, Albert, er war was. Munition für dich. Danke, Mann. Gott, wo renne ich dann schon wieder hin? Wir vertreten. Wir haben Einsatzziel, David. Scheiße. Ich weiß, wer reizt mit sein Pferd hier wieder durch die Balachei durch, äh, Kraft und Wind. Wir haben Einsatzziel, Albert, er kriegt diese 5 Kilds auch mit einem Stück nicht hin. Ich kotze gleich so. Wir haben gar nichts, Leute. Wirklich. Ich wollte nicht irgendwie mal eine Medaille kriegen für 10 Flaggen eingenommen oder irgendwas so weit in der Richtung. Nee, das wär mal schön, ne? Boah. Boah. Tick, 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 tick. Oh, jawohl. Sehr gut. Oh, du brennst doch schon wieder. Was macht er denn hier? Nein, ich bin das nicht schnell. Ah, da war einer. Genau, und den Kronleuchter wieder geworfen. Hier, ich hab ein bisschen Munition im Blech. Ein Hörni. WC ist doch schon wieder einer. Oh, sie kommt von da hin. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Jawohl, den haben wir. Endlich mal wieder ein Kill, Mensch. Mann, die ganze Zeit visier ich da in diese Lücke. Und dann kommen sie. Wenn wir mal einmal kurz, nicht. Oh, Handgranaten-Käzzi nicht mit dazu. Oh, was für Gott. Sehr schön gemacht, sehr gut. Gute Arbeit. Hat euch China beliebt, sehr geil. Ja. Wenn jetzt der Bug hier mal aufhören würde. Wo bist du denn eigentlich? Von hier hoch in deiner Nähe. Da. Da. Hier, fescher Munition. Wander. Da oben ist er noch auf jeden Fall. Jawohl, mit der Haftmine. Jawohl. Sehr gut, das war mal sehr schön. Das war richtig geil. Also nicht mal, sehr schön. Das war sehr schön so. Das war ausnahmsweise mal gut gemacht. Ach, da. Und nun? Was machen wir denn? Das haben wir ja alle. Bist du das hier? Nee. Vorne bist du. Wer hat Munition? Ah, ich hab dir mal Munition hingeworfen. Zack. Dann gehen wir mal zur Ehe. Vielen Dank. Zur Abwechslung. Munition fertig. Mann, warum explodiert denn hier alles? Oh, Airship. Enemy. Ah. Alter, von wo kommt denn das? Weißt du das? Nee. Ehrlich gesagt nicht. Ich seh nicht. Ich würde jetzt aber mal zu C wieder latschen. Weil da jetzt eh wieder... Ah, der kommt von D dahinten. Da schiesel ist. Ja. Aber C drin. Und wenn wir bei C drin sind, dann brauchen wir zumindest nicht vor dem Airship einstehen. Ja. Oder sehe ich das falsch? Nee, nee. Das ist clever kombiniert. Ah, vorne sind sie ja schon alle. Wenn sie ja schon alle stürmen, sie ja schon den Punkt. Sollten wir eigentlich gleich haben. Ja, wir wollen uns clever anstellen. Auf jeden Fall, wa? Ja. Der Ehe sieht gut aus. Oh, da, Reiter. Ja, Reiter einfach mal hier rin. Genau. Hier sind ja bloß zehn Leute oder so in der Halle. Aber mach, mach. Ja, mindestens, ja. 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 Oh Gott, das ist weg. Boah, Gott. Boah, Gott. Boah. Der C, irgendjemand, irgendwas? Ist hier nicht irgendeiner der Jäger? Nee, der ist von uns. Tode. Tode. Boah. Boah. Machen Sie! Verkürzen Sie! Verkürzen Sie! Wollen Sie jemanden munitions? Munitions, geradeausch! Ich probier's mal bei B. Mach den Rest hier deiner Arbeit. Danke. Das ist ein Gegner. Das geht ja überhaupt kein. Nicht jetzt, sie mich hauen. Nein, gern nicht. Weggesnipert. Ja. Schön zu mir gelockt hast du den Bastard, ey. Ja. Ich bin jetzt aber auch tot. So eine Scheiße, wo es dann der... ...hinten die Nutte, ey. Ich bin bei D. Hm, aber gut. Man, hinter dir ist doch einer. Ich hab ihn nicht gesehen. Keine Ahnung. Scheiße. Der muss sich genauso bewegt haben, dass ich den nicht gesehen habe, der Bastard. Ah nein. Weil als ich mich umgedreht hatte, hab ich den auch nicht gesehen. Der muss irgendwie sich gedreht haben. Fotze. Hey, hey, hey. Ja, jetzt können wir nur mal einen neuen Versuch starten bei D. Okay. Ey, ne, ich glaub, die sind Beemot, da holzt es hier rinnen, oder was das ist. Oder was ist denn das? Ah, doch, Mann. Scheiß Luftschiff. Toll. Oh, ich lege zu C weiter, ey. Du bist weg hier. Oh Gott. Raus. Das ist ganz ein Baum, Stämme irritieren mich. Ich denke mal, das ist die Pilotenklasse, die da neben mir stehen. Ich hab schon ein paar Mal gedacht. Boah, voll drin, die schleudert das Flugzeug. Schleudertrauma. Schleudertrauma Flugzeug. Hier, Munition für dich. Waut jemand Munition? Was für Munition? Hat jemand Munition bestätigt? Jawohl. Hallo. Sieg mal wieder. Halleluja. Halleluja, meine Güte. Hallo, Julia, ey. Hallo, Julia, du, ey. Hallo, Julia. 18.000, ja. Anderthalbfacher Multiplikator, jawohl. 23.000, ja. 23.500 mit Multi. Geil. 27.500. Du musst doch immer noch einen draufsetzen, ey. Schon wieder der Flangenverteidiger. Bam. Ich hab wieder keinen Battlepack bekommen. Hm. War nicht so toll. Nicht so gut. Nee, stimmt. War ein bisschen schwach, tut mir leid. Du hast 13.9, sehr gut. Du bist nur einstellig Trophy, Jan. So kann man's auch sehen. Ja, das ist passiert, wenn man zu hast. Diese Essiggurken, ey. Ich hab aber echt so wenig Kills immer. Von allen, die oben mit dabei sind, hab ich immer bloß die Hälfte oder ein Drittel von den Kills. Das ist echt krass. Und trotzdem bin ich... Mache ich meine Punkte immer irgendwie. Ich weiß es nicht. Naja. Du bist halt super. Du bist halt der perfekte Spieler. Genau. Genau. So soll ich viel besser sein, wie du das spielst. Genau. So, das ist die Lösung, ja. Naja. Ich sag mal Schiss. Schiss. Vielen Dank.